So Leute, ihr wolltet ein Herodes Talk Outdoor. Ich chill hier gerade im Böthepark. Es gibt aber bei der ganzen Geschichte ein winchiges Problem. Ich weiß nicht, ob ihr es schon hört. Ist alles ein bisschen überflutet. Da drüben ist die Ilm. Ja, und da drüben schwimmen auf dem Weg gerade zwei Enten. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. Ja, und ich gehe jetzt den Weg entlang, den ich eigentlich jeden Tag am Gehen bin. Wo es normalerweise ist, der halt nicht, Hose mal hochziehen, nicht derart überflutet. Übrigens, das Video wird jetzt ein bisschen länger. Es wird ein Special. Ich gehe jetzt mal zu dem Entchen. Ah, da hinten ist Land. Ich sehe Land. Oh, hier ist ein Flies. Hier sieht man nochmal schön, wie schlimm die Strömung strömt. Ich klappe nochmal um. Also, hier ist die Ilm jetzt. Und das Wasser fließt jetzt hier auf dem Weg. Naja. Ich will jetzt auch nicht zu nah rangehen, weil hier sollen schon Leute gestorben sein. Die Strömung. Hier sind die Entchen. Ich gehe mal da hin. Na ihr Entchen. Nicht in das strömende Wasser. Das ist viel zu gefährlich. Vorsicht. Ihr werdet weggetrieben werden. Guckt doch, wie sie einfach keine Chance haben. Naja. Da dieses ganze Gelaufen ziemlich anstrengend ist, finde ich es auch gut, dass es hier... Hose nochmal hochkrempeln. Das ist hier auch kleine Chillout Lunch. Jedenfalls gibt es hier Ruheplätze. Für die, die sich jetzt mal schön im Park chillen wollen. Mal schön auf der Bank. Yo. Also, ich würde sagen, ich beende das Video an der Stelle, weil ich bin mit deiner Familie. Die warten auf mich. Und ich chill jetzt noch ein bisschen auf der Bank. Yo. So. Was ist Gucci? Was ist Prada? Was ist Louis? Cheers. Oder so.